Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der IO-Broker-Dev-Reihe. Und hier entwickeln wir ja eigene Module, das heißt es gibt bisher erst genau einen Teil. Und da habe ich am Beispiel des Luftdatensensors hier einmal gezeigt, wie man von 0 an ein neues Modul entwickelt, wie man das auf GitHub pusht. Und das ist auch schon fleißig im Einsatz. Dort habe ich jetzt auch schon weitere Versionen gepusht. Andere haben auch schon sogar daran weiterentwickelt. Aktuell ist die Version 0.0.5. Und dieses ganze Ding wollen wir jetzt mal probieren, in die normale Liste zu bekommen vom IO-Broker. Das heißt, dass man das nicht mehr über das Repo installieren muss, so wie ich das in der IO-Broker-Tutorial-Reihe in Teil 13 erklärt habe, sondern dass man es ganz normal einfach über die normale Liste sieht, ohne was zu tun, dann Plus drücken kann und dass der Adapter dann hinzugefügt wird. Und all diese Schritte werden wir jetzt in diesem Video durchführen. Solltest du das erste Video noch nicht gesehen haben, hol das an dieser Stelle gerne nach, weil ansonsten fehlt dir hier an der Stelle der Anschluss, denke ich, weil du vielleicht mit deinem eigenen Modul noch gar nicht so weit bist. Ja, was brauchen wir alles? Als erstes brauchen wir natürlich unser Repo hier, in diesem Fall auf GitHub natürlich. Und da müssen dann auch schon Releases eingepflegt sein. Hier gibt es bis jetzt nur zwei, die dazwischen wurden alle übersprungen. Die habe ich nicht getaggt. Die hat nämlich einen anderen Entwickler vergeben. Und deswegen bin ich nicht hinterhergekommen. Und jetzt sind wir bei der Version 0.0.5. Hier per Tag, also einen Release auf GitHub erzeugt. Und dann auf npmjs.com ist dieser Release auch hingepusht worden. Das heißt, hier ist auch die Version 0.0.5. So, und von dieser Basis aus, wenn wir das alles haben, dann können wir eben unser Repo mit in die offizielle Liste von dem IO-Broker-Repositories mit aufnehmen. Als nächstes schauen wir uns dann mal hier IO-Broker.Repositories an. Das ist nämlich genau die Liste aller verfügbaren Adapter. Und hier unten gibt es dann auch eine Anleitung, ja, was die Requirements sind, wenn man seinen eigenen Adapter hier mit in dieses Repository aufnehmen möchte. Als erstes muss der Adapter auf npmjs verfügbar sein. Das habe ich schon gemacht und auch schon gezeigt. Wie das funktioniert, sehen wir im letzten Video von dieser Reihe hier. Und dann müssen wir die IO-Broker-Organisation hier noch hinzufügen zu dem npm-Package. Wie das geht, steht hier. Und dann müssen wir einmal diesen Befehl hier ausführen. Dafür bin ich hier wieder in der Shell. Habe hier auch in das Verzeichnis gewechselt. Das ist gar nicht unbedingt notwendig. Wir sagen dann hier einfach npm-access-grant-readwrite, dann für iobroker-developers. Und dann müssen wir den Namen angeben. Ich habe das nur bis zu dem Punkt hier kopiert. Deswegen müssen wir da noch Luftdaten hinterschreiben. Dann drücke ich einmal Enter und dann warten wir mal ab, ob das Ganze hier funktioniert. Ja, klappt in meinem Fall hier gerade nicht. Und für den Fall, dass hier dieser Fehler kommt, ich habe hier einen Permission denied jetzt bekommen, dass wir das eben nicht dürfen. Hier ist forbidden. Und für den Fall gibt es hier einen zweiten Befehl. Dann gibt man eben nur BlueFox. Das ist hier eben ein User. Gibt man eben Rechte hier für den Adapter. So, dann schreibe ich hier auch wieder Luftdaten hin. So, und dann hat das geklappt. Hier sagt er jetzt plus BlueFox Iobroker Luftdaten. Das hat also hier wunderbar funktioniert. Damit der erste Teil hier funktioniert, muss man wahrscheinlich Mitglied hier in der Organisation Iobroker sein, damit man das hinzufügen darf. Bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht, wie man da reinkommt. Vielleicht einfach mal BlueFox anschreiben, ob man da eingeladen werden kann an der Stelle. Damit haben wir die ersten beiden Punkte hier dann auch erledigt von der Liste. Jetzt machen wir weiter mit Adapter needs to have a readme with description, detail information and changelog. Das haben wir alles schon. Dann haben wir eine predefined license. Wir haben hier MIT-License. Wenn wir hier einmal reinschauen, dann steht hier oben schon MIT. Hier liegt dann eben auch unten nochmal eine License-Beschreibung. Aber wichtig ist eigentlich, dass wir hier in der IO-Package-JSON angegeben haben, welche Lizenz das ist. Nämlich hier license MIT. Und in der normalen Package-JSON steht das, glaube ich, auch nochmal drin. Genau, hier auch license MIT. So, und das haben wir also dann auch erfüllt damit. Und dann können wir zu Punkt 5 übergehen. Ja, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Der Adapter muss also hier, ja, Basistests von Installation und Running, also ob das Ganze ausführbar ist mit TravelCI oder AppWear hier am Laufen haben. Das heißt, da muss das Ganze dann einmal hingepusht werden, um zu testen, ob das Ganze auch funktioniert. Und hier soll es im Forum eine Erklärung von Apollon77 geben. Da schauen wir dann einfach mal nach. Als erstes melden wir uns hier auf travisci.org dann eben mit unserem GitHub-Account an. Die Idee hinter CI, also Continuous Integration, ist eben, dass bei jedem Push, also bei jeder Änderung, die wir an dem Adapter durchführen, dass dabei dann eben automatisch im Hintergrund Tests durchgeführt werden und geprüft wird, ob das Ganze noch lauffähig ist. Die Tests muss man natürlich selber bauen, die müssen auch definiert werden, aber die laufen dann eben im Hintergrund automatisch und so könnten wir auch verschiedene Node.js-Versionen zum Beispiel im Hintergrund durchtesten, mit welchen das Ganze eben lauffähig ist und ausführbar. Ich melde mich jetzt hier mit meinem GitHub-Account einmal an. Also ich war da schon mal drin, deswegen geht das bei mir hier jetzt mit einem Klick gerade und dann sieht das Ganze hier so aus. Hier ist gerade noch ein anderes Projekt, aber wir müssen erstmal hier ein weiteres Repository dann hinzufügen. Wie man sieht, habe ich hier Travis CI schon öfter verwendet. Normalerweise ist die Liste auf der linken Seite natürlich dann leer. Dann klicke ich hier oben natürlich einmal auf das Plus und dann gucken wir mal, ob wir unser Repo hier dann auch schon finden. Hier suche ich jetzt einfach mal nach IO-Broker und finde dann hier auch Luftdaten. Und dann aktiviere ich das Ganze hier einmal, kann da dann auch einmal draufklicken und ab dann ist das Ganze hier eben drin. Hier steht jetzt Build Unknown, weil er natürlich noch kein Bild durchgeführt hat. Damit er überhaupt weiß, was er machen soll hier, gibt es in dem Template, was wir ja geklont haben und damit auch dann in meinem Repo hier jetzt gerade so eine .travis.yaml und diese YAML-Datei hier, die enthält eben die Anweisung, was er eben machen soll, wenn er das ganze Repo hier dann einmal testen soll. Und hier sagt er dann Before Script und hier installiert er eben so ein bisschen irgendwie einen Export für die Version und so weiter und dann mal prüft er irgendwie ein bisschen was, keine Ahnung, was hier genau enthalten ist jetzt und dann installiert er eben hier den IO-Broker.js-Controller vom Master im Production-Mode und dann müsste das Ganze danach ausgeführt werden, hoffentlich. In Travis CI ist das Ganze eigentlich schon relativ weit fortgeschritten. Wir gucken einfach mal, was passiert, wenn wir jetzt hier ein Bild manuell triggern. Wir nehmen jetzt hier den Master, nehmen hier jetzt keine Commit-Message oder so, sondern sagen einfach mal Go und dann gucken wir mal, was hier jetzt gerade passiert. Und dann müsste er eigentlich schon das Ganze ausführen. Genau, er bereitet jetzt hier die ganzen Umgebungen vor und er testet jetzt eben hier einmal komplett durch und zwar einmal Node.js 4, Node.js 6, 8, 10 und so weiter und dann hier mit verschiedenen Versionen wird das Ganze dann eben hier durchlaufen. Auch einmal hier in der Linux-Umgebung und einmal auf der OSX-Umgebung. Das heißt, hier sind auch zwei Umgebungen, die direkt automatisch getestet werden und jeweils hier mit den vier verschiedenen Versionen. Und wenn man das natürlich alles per Hand machen würde, das würde ja ewig dauern dann. Natürlich dauert es eine Weile, bis die Tests hier komplett durchlaufen, deswegen da einfach Geduld haben. Ich zeige dann gleich einmal das Ergebnis und dann schauen wir uns auch die Tests an, weil das hier wird jetzt erstmal im ersten Moment gar nicht so super viel Sinn ergeben. Während Travis CI jetzt gerade im Hintergrund arbeitet, können wir uns hier schon einmal die Tests anschauen. Wir gehen also hier mal in das Testverzeichnis, was es geben sollte. Dann gibt es hier ein Lib-Verzeichnis mit einer Setup.js. Die baut eben hier, so wie ich das verstanden habe, ganz viel Magie zusammen und stößt die Tests automatisch an und so weiter. Da müssen wir eigentlich nichts dran ändern im Standard. Hier sind dann aber unsere interessanten Tests und zwar wird einmal der Adapter getestet und einmal die Package-Files und das sind die, die wir dann nachher auch anpassen würden oder hier auch weitere Tests mit in das Verzeichnis legen, die dann immer automatisch durchgeführt werden. Aber ich möchte hier gar nicht so tief jetzt einsteigen. Wir wollen ja hier nicht in Continuous Integration einsteigen, sondern wollen eigentlich nur unseren Adapter mit in die normale Liste aufnehmen. Deswegen würde ich sagen, greifen wir das vielleicht später nochmal auf hier mit den Tests. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, aber würde jetzt hier gerade den Rahmen sprengen. Deswegen warte ich jetzt einfach mal ab, bis diese Tests hier durchgelaufen sind. Ob die dann grün sind, weiß ich noch nicht. Sehen wir gleich. So, ja, wieder erwarten sind jetzt hier alle Tests auf jeden Fall erstmal grün in allen Versionen. Was er genau gemacht hat, kann man sich dann anschauen. Wenn man hier mal draufklickt, dann sieht man eben hier das Job-Log, was er also auf der Konsole auch ausgeben würde, wenn man die Befehle nacheinander alle ausführt in den jeweiligen Versionen. Ja, so sieht das Ganze dann also aus. Ist also jetzt hier noch nicht im Detail getestet natürlich, ist aber auf jeden Fall auf Travis CI. Wir haben hier jetzt einen fertigen Bild, der auch grün ist und damit würde ich sagen, ist der Punkt hier von der IO-Broker-Repository-Liste, ist auf jeden Fall dann hier erfüllt. Das heißt, wir können jetzt hier mit Punkt 6 dann weitermachen. Hier steht ja dann, define one of the types in IO-Package-Json. Ich gehe immer davon aus, dass hier der Type gemeint ist, in welche Kategorie das einsortiert wird. Ich habe es ja hier unter IoT-Systems aktuell einsortiert. Das ist quasi der Übermenüpunkt, unter dem es dann in der Adapterliste auftaucht nachher. Ist also auch erledigt. Dann machen wir weiter mit include author in Package-Json and authors in IO-Package-Json. Ja, da weiß ich nicht, ob das hier 100% stimmt in der Anleitung. Wir haben auf jeden Fall hier die Autoren. Und wenn man sich an das Template hält, hat man die auf jeden Fall schon. Und in der Package-Json steht auch nochmal ein Autor drin. Und die Contributors sind auch gefüllt. Also ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall aus an der Stelle hier. Und dann geht es weiter mit Punkt 8. Ja, da müssen wir den Adapter jetzt in die Liste hier hinzufügen. Dafür müssen wir gleich einen Fork erstellen. Und dann sagt er hier, examples of entries you can find here. Das machen wir einmal auf. Und hier haben wir dann einmal latest mit sourcedist und stable dann eben auch noch. Und hier haben wir dann verschiedene Einträge jeweils. Und hier hat man so ein Publish-Datum. Das sagt wohl dann immer aus, wann das Ganze hinzugefügt wurde und welche Version gezogen wird, wie ich das verstehe. Und hier müssen wir natürlich die Pfade anpassen für Meta und Icon. Etwas weiter oben finden wir übrigens auch nochmal die verfügbaren Typen, über die ich gerade ein bisschen schnell hinweggegangen bin. Also die Kategorien. Hier sind eben alle verfügbaren. Und ich habe mir jetzt eben hier IoT-Systems ausgesucht. So, erstellen wir also einfach mal einen Fork hier von dem Ganzen. Wir klicken hier oben also einfach auf den Fork-Button. Da muss ich auswählen, wo das Ganze hin soll. Ich wähle natürlich hier meinen normalen Account aus. Das andere sind hier Organisationen gewesen, zu denen ich bei GitHub gehöre. Dann dauert es einen kleinen Moment und dann hat man eben hier eine eigene Version davon praktisch. Und die Idee ist jetzt, dass ich hier Änderungen an diesem Repository hier mache. Und dann kommitte ich die hier ganz normal rein. Und dann erstellen wir einen Pull-Request an das originale Repo. Das muss dann jemand bestätigen. Und dann wird quasi unser Commit in diesem Repo mit in das IO-Broker-Repo aufgenommen. Ich hoffe, das ist erstmal klar geworden. Also man muss das erst forken, kann es dann verändern. Und man stellt dann einen Pull-Request hier eben an das originale. Das muss dann der Entwickler von diesem Repo hier bestätigen. Und dann sind unsere Änderungen, nämlich das Hinzufügen von unserem Luftdaten-Repo, eben hier mit enthalten in dem Originalen. Und damit würde das dann auch ausgeliefert an alle anderen. Und weil wir jetzt natürlich Eigentümer von diesem Repo sind, können wir diese Dateien, die hier sind, natürlich auch verändern. Und diese beiden Dateien müssen wir jetzt bearbeiten. Und dann würde ich erstmal die hier nehmen gerade. Dann könnte man das entweder direkt hier drin bearbeiten und dann eben hier die Änderungen unten hinzufügen und hier dann ein Commit zuschreiben, was man gemacht hat. Also hier so eine Note kopieren, dann hier Luftdaten hinschreiben, bla bla bla. Oder man klont das natürlich und ändert es dann mit einem vernünftigen Editor, weil dann kann man eben hier auch mehrere Dateien auf einmal in einem Commit reinpacken. Das geht über die Oberfläche hier, soweit ich weiß nicht. Deswegen machen wir das jetzt erstmal. Also Clone or Download. Ich kopiere mir jetzt hier einmal den Pfad dann von meinem Repo und dann clone ich das hier einmal. Ich bin jetzt hier auf meinem Raspberry Pi. Damit man hier mit Key Authentication arbeiten kann, muss man natürlich SSH Key Forwarding dann aktivieren. Aber habe ich natürlich alles schon gemacht. Git clone. Und dann ziehe ich mir das Ganze hier einmal. Das dauert dann eine kleine Sekunde. Dann kann ich da auch rein wechseln. Und hier kann ich jetzt eben die Dateien bearbeiten. Hier sehen wir natürlich auch das Log. Das ist natürlich das Original-Log hier von dem Fork. Und wir bearbeiten jetzt eben hier diese beiden Dateien. Nämlich einmal die SourceDist und einmal die SourceDist StableJson. So, ich habe mich jetzt hier mal mit einem Tool hier noch per SSH mit meinem Raspberry Pi verbunden. Dann kann ich die Dateien hier ein bisschen komfortabler bearbeiten. Kann ich natürlich auch mit einem VI oder mit einem Nano direkt auf der Shell machen. Ist hier natürlich ein bisschen einfacher, wenn ich das jetzt hier so mache. Jetzt gehe ich einfach ganz ans Ende und würde jetzt hier so eine Node nehmen und hier dann eben einmal kopieren. Muss natürlich ein Komma hin, damit das JSON weiterhin gültig ist. Dann schreibe ich hier hinten Luftdaten. Und jetzt muss ich natürlich diese URLs hier anpassen, dass die eben hier einmal auf meine IO-Package JSON zeigen und einmal hier auf unser Icon. Type ist natürlich nicht Hardware, sondern wir hatten ja gesagt IoT-Systems und Published. Ja, da setzen wir jetzt einfach mal ein Datum von heute jetzt rein. Heute ist dann der 12.07. 2018. Ja, Uhrzeit ist hier gerade 11.37 Uhr. Ist aber wahrscheinlich auch egal. Ich mache einfach mal 11.00 Uhr, weil es kommt eh nicht drauf an im Endeffekt, weil natürlich die Zeitzone auch noch eine andere ist und so weiter. So, und jetzt passen wir hier die beiden URLs noch an. Dafür gehe ich wieder hier in meinen GitHub-Repo. Natürlich nicht in das Repository, sondern hier in meinen Luftdaten. Und dann brauche ich einmal hier die IO-Package-Json. Klicke dann hier auf RAW. Dann bekomme ich eben diesen Pfad. Den packe ich dann hier einmal hin. Und dann brauchen wir noch das Icon. Das geht genauso. Wir gehen wieder zurück. Admin Luftdaten-PNG. Da klicke ich auch wieder auf, ja, Download theoretisch, aber ich sage mal hier Copy Link Address, weil das ist dann hier genau eben das Icon. Dann nehmen wir dann den Pfad. Und den fügen wir hier auch ein. Also beide Pfade müssen hier mit diesem RAW.github-usercontent.com sein. Und dann funktioniert das Ganze auch. Und das hier kopiere ich mir jetzt. Das wäre jetzt die normale sources.dist, bzw. sources-dist.json. Und hier ist eben keine Version angegeben immer. Und in der anderen, in der stable, da gehen wir dann nach ganz runter. Die Datei ist sehr lang. Machen dann hier ein Komma hin. Fügen das gleiche ein von gerade. Und packen dann aber noch eine Version dazwischen. So, die ist bei mir natürlich jetzt 0.0.5 gerade. Ja, Zeitstempel lasse ich genauso. Und wenn wir jetzt eine andere stable Version hätten, das heißt, wir würden immer weiterentwickeln, quasi, an dem Adapter. Dann würde diese hier immer die aktuellste Version ziehen, je nachdem, was man als Verwahrungsort im IO-Broker hinterlegt hat. Und bei stable würde man dann immer diese Version hier bekommen, die hier hinterlegt ist. Das heißt, wenn es eine neue stable Version gibt, dann müsste man hier die Version hochstellen, wieder einen Pull-Request machen, und so weiter. So, wir sind jetzt hiermit erstmal fertig, würde ich sagen. Und müssen diese Änderungen jetzt einmal committen. Dafür gehe ich jetzt wieder auf die Stelle. Da kann ich ja dann einmal Git, ja, einmal Git-Status zum Beispiel sagen. Dann sehe ich, dass die beiden angepasst wurden. Und mit einem Git-Diff sehe ich auch, welche Änderungen hier im Git durchgeführt wurden. Hier ist also der Teil hinzugekommen. Und ich würde sagen, das passt erstmal so. Und deswegen sagen wir jetzt einmal Git-Add Punkt. Dann wären die beiden hier eben grün, weil die eben in der Staging-Area hier sind. Und dann sage ich einmal Git-Commit-M Luftdaten-Adapter. Und, ja, Minus-A brauchen wir nicht, die sind ja da drin. Und jetzt sage ich einmal Git-Push. Und dann würde die Änderung eben hier direkt auch zu GitHub gezogen. Weil wenn wir es nur committen, dann wäre es nur in unserem lokalen Repository. Und mit einem Push landet es dann eben auch auf GitHub. Das ist jetzt Schritt 1. So, und jetzt haben wir hier eben einen Commit mehr bekommen. Das ist eben hier der letzte Commit jetzt hier von mir gewesen. Den können wir jetzt auf GitHub natürlich auch ansehen. Das ist hinzugekommen. Und für das Ding bauen wir jetzt eben hier einen neuen Pull-Request. Dafür gehen wir hier oben auf die Pull-Request. Sagen einmal New. Dann findet er hier schon unseren Commit. Und unsere Änderungen, die wir bis dahin durchgeführt haben, das kontrollieren wir hier natürlich nochmal an der Stelle. Die Fahle sind richtig. Hier ist eine Version mit dabei in der Stable. Und meiner Meinung nach ist das jetzt gerade so richtig. Und wir sind die Schritte nach der Anleitung ja auch durchgegangen. Und jetzt sage ich einmal hier Create Pull-Request. Jetzt kann man hier noch einen Kommentar hinzufügen. Ich sage aber einmal Create. Und dann müsste dieser Pull-Request auftauchen. Und jetzt sind wir wieder in dem I.O. Broker Repositories. Und hier laufen jetzt automatische Checks mit der Continuous Integration durch. Und das ist eben genau das, was wir eben auch für unseren Adapter eingerichtet haben. Und sobald jetzt Pull-Requests hier für das Repository reinkommen, dann werden hier anscheinend auch automatische Tests durchgeführt. Und das ist jetzt auch alles, was wir bis hierhin tun können. Das dauert jetzt eben einen Moment. Und ja, das muss jetzt mein Entwickler von dem I.O. Broker Repositories Repository, der Name ist ein bisschen ungünstig gewählt hier, der muss das eben bestätigen, dass wir diese Änderung jetzt durchführen wollen. Und ab dann taucht das Ganze eben in der allgemeinen Liste auch mit auf. So, die Checks sollten hier dann nach einer Zeit auf grün wechseln, wenn Travis CI hier mit der Arbeit fertig ist. Da kann man auch nochmal draufklicken und dann hier auf die Details gehen. Da wird wahrscheinlich geprüft, ob das hier ein richtiges JSON-Format ist und so weiter. Und ob wir da uns nicht irgendwie vertippt haben und ob das Ganze auch lesbar ist, die Datei, die wir dahinter legen, also die Meta-JSON und so weiter, damit das eben nicht immer per Hand passieren muss. Ja, und jetzt haben wir eben alle Checks hier erfüllt. Und jetzt können wir, wie gesagt, nur noch warten. Wir müssen eigentlich eine Mail kriegen, wenn das Ganze hier gemerged wurde. Wir waren jetzt erst bei Punkt 8 der Liste hier. Und jetzt kommen noch ein paar danach. Das ist ein bisschen blöd von der Reihenfolge. Aber your GitHub repository must have name, IO-Broker, B is capital, bla bla bla. Das haben wir ja alles schon gemacht, indem wir das Template hier im ersten Video und so geklont haben. Und dann steht hier noch, title in IO-Package-JSON, is simple, short, and of adapter in English, title-lang und so weiter. Lang is not German Länge, but English Languages. Okay, und dann steht hier noch, do not use the title in words IO-Broker or Adapter. It's clear. Ja, das stimmt. Aber ich habe ja das Template geklont und da stand Adapter noch mit drin. Deswegen ist in meinem Adapter jetzt hier, steht wahrscheinlich jetzt noch Adapter mit drin. Ne, hier steht nur Name Luftdaten, aber hier steht noch Luftdaten Adapter im Title. Und da müssten wir eigentlich das Adapter dann wegmachen. Gut, machen wir eben. Ich klicke hier oben einmal auf Edit this File. Können wir ja direkt hier machen. Und dann lassen wir es erstmal dabei hier und entfernen dann hier überall das Wort Adapter. Ich kann ja hier luftdaten.info oder so hinschreiben. Based Luftdaten, ja hier die title-lang. Da müsste man dann einfach mal gucken. Ich schreibe auch einfach nur Luftdaten hin. Der Rest ist mir gerade egal. Dann ist Description hier eben das gleiche gerade. Da kann man natürlich noch ein bisschen genauer werden. Und das würde ich sagen, passt soweit. Vis, GUI und so weiter. Graphical, SCADA. Keine Ahnung, die Keywords schmeißen wir mal direkt mit raus. Und dann, naja, Update IO Package JSON. Stimmt hier eigentlich vom Namen. Mache ich einfach mal so jetzt gerade. So. Und dann würde ich sagen, ist das hier erstmal gerade okay. Damit haben wir den Punkt dann erfüllt. Ist natürlich jetzt blöd. Jetzt müssen wir eigentlich eine neue Version vergeben und so weiter. Damit es in dem Stable dann nachher auch stimmt. Lassen wir aber erstmal. Wir hoffen mal, dass wir damit erstmal durchkommen hier an der Stelle. Mal gucken, ob wir da noch Feedback zu bekommen. Ja, dann haben wir noch New. No new adapters will be added to repo without admin3 configuration. Das ist eben die neue Admin-Oberfläche. Und nur die habe ich auch konfiguriert. Die andere habe ich komplett außen vor gelassen in meinem ersten Video. Deswegen haben wir das automatisch erfüllt. Ja, und jetzt ist ein bisschen blöd, dass hier nach jetzt irgendwie noch eine Info kommt. Wir brauchen nämlich einen eigenen Thread im Forum mit der Frage, dass jemand den Adapter testet. Und wir brauchen Feedback im Forum. In meinem Fall hatte ich jetzt ein bisschen Glück. Hier hat jemand schon gepostet, dass ich einen neuen Adapter habe, weil der Feinstaubsensor hier sogar schon mal hinterfragt war, ob es dafür einen Adapter gibt. Und wenn ich hier runterscrolle, dann haben Leute das schon getestet, haben hier auch Fehler gemeldet. Es gab schon Pull-Requests und so weiter für meinen Adapter. Und dann habe ich hier auch geschrieben, dass ich eine neue Version eingespielt habe. Und ich hoffe mal, dass dieser Thread hier jetzt als Test-Thread durchgeht, sage ich mal. Ich kopiere den Link hier einfach mal und hänge den noch an meinen Pull-Request an. Ich hoffe mal, das reicht dann hier aus als Information. Also gehe ich hier wieder auf GitHub. Und dann gehe ich hier auf Pull-Request. Da finde ich gerade nur meinen. Und dann füge ich hier den Kommentar noch mit hinzu. Und dann sage ich einmal kommentieren. Und dann passt das hoffentlich hier so weit, dass ich hier den Adapter mit auch in das Stable-Repo mit aufgenommen bekomme und der Pull-Request hier angenommen wird. Bereits nach einer Viertelstunde hier wurde jetzt mein Pull-Request auch angenommen. Oder nach 10 Minuten sogar schon theoretisch. Also hat ganz gut geklappt. Einzige Anmerkung war, dass der Type lieber Weather statt IoT-Systems sein sollte. Habe ich dann auch nachträglich noch geändert. Also der Buzzy hat das hier direkt mit in den Commit gepackt und dann den natürlich hier so übernommen. Und so sieht das Ganze jetzt auf jeden Fall schon ganz cool aus. Ich habe jetzt Version 006 dann eben noch gepublished. Ist jetzt aber noch nicht als Stable hier markiert. Und so wird jetzt eben langsam weiterentwickelt. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, dir hat das Video ein bisschen weitergeholfen. Denn ein paar Themen wurden natürlich schnell übergangen, wie zum Beispiel die Git-Geschichten und so weiter. Das sind einfach Grundlagen. Damit muss man sich ein bisschen beschäftigen. Aber dann geht das auch relativ leicht von der Hand dann nachher. Gerade mit dem Pull-Request und so ist natürlich ein ganz normales oder ein ganz normaler Prozess, wie auf GitHub eben gearbeitet wird. Und das kann man sich auf jeden Fall mal aneignen. Nicht nur für IO-Broker, sondern wenn man auch an anderen Projekten später mitarbeiten möchte. Ja, ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Viel Spaß mit dem neuen Adapter jetzt in der offiziellen Liste. Ich bin sehr froh, dass das hier so reibungslos geklappt hat. War wie gesagt auch mein erster Adapter jetzt hier für IO-Broker, der jetzt offiziell in der Liste mit auftaucht. Ja, und ich hoffe, jetzt kommen auch bald weitere Adapter vielleicht sogar von dir dazu. Falls du noch Fragen hast zu dem ganzen Prozess, der ja teilweise doch ein bisschen schnell ging hier. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann versteht man auf jeden Fall, wie der ganze Hase hier läuft. Also einfach nur vom Video gucken, wie man das hier nicht unbedingt direkt verstehen. Und deswegen einfach mal selber machen und ausprobieren. Die anderen User im Forum helfen da sicher gerne dann auch weiter. Oder ich auch in den Kommentaren, so gut ich kann hier. Stell einfach deine Frage. Vielleicht hast du auch noch weitere Ideen, was du gerne als Adapter sehen möchtest. Ich habe noch viele Adapter, die ich gerne entwickeln möchte. Und dann hoffe ich, dass wir hier das IO-Broker-Projekt ein bisschen weiter voranbringen. Und das hier ist jetzt mein Teil, den ich dazu noch beitrage. Indem ich hier so ein bisschen zeige, wie man Adapter entwickelt, die dann veröffentlicht, mit in das Repo aufnimmt und so weiter. Und ich hoffe, du hast das Ganze hier ein bisschen nachvollziehen können. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Damit das klappt, abonnier den Kanal. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.